Ey Alter, du verstehst mich überhaupt nicht. Du hast überhaupt keinen Plan, was bei mir abgeht und gibst mir dann noch schlaue Ratschläge. Hast du sowas schon mal gehört oder hast du es vielleicht sogar schon mal selber in dieser Art gesagt? Dann wird dieses Video einen echten Flash liefern. Ja, Kommunikation ist tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Kennst du die Geschichte von dem Mann mit dem Hammer? Der Typ will ein Bild aufhängen, den Nagel hat er, aber er hat keinen Hammer. Der Nachbar hat einen, also will er rübergehen und sich den Hammer ausleihen. Die Frage, die ihm aber sofort durch den Kopf schießt, was ist, wenn dem der Hammer nicht ausgeliehen wird? Und jetzt startet ein innerer Dialog. Ja, gestern, gestern hat er mich schon so komisch verkniffen gegrüßt. Hat er es vielleicht eilig gehabt? Nee, vielleicht hat er es gar nicht eilig gehabt. Der wollte einfach nicht mit mir sprechen. Ich habe ihm gar nichts getan. Und ganz ehrlich, ich würde ihm meinen Hammer sofort ausleihen. Was bildet der Typ sich eigentlich ein? Der wird mir seinen Hammer nicht ausleihen. Wie kann er mir denn so einen kleinen Gefallen abschlagen? So Typen wie der. Ganz ehrlich, die vergiften einem wirklich das ganze Leben. Es ist einfach zum Kotzen. Und dann bildet er sich auch noch ein. Ich wäre auf ihn angewiesen mit seinem dämlichen Hammer. Echt, mir reicht es. Und der stürmt zum Nachbarn, klingelt Sturm. Und der macht auf. Und bevor der Nachbar irgendwas sagen kann, schnauzt er ihn an. Wir halten Sie Ihren blöden Hammer. Sie rüppeln. Die Geschichte ist überzeichnet. Und doch trifft es den Kern. Diese Geschichte stammt von Paul Watzlawick, einem der großen Philosophen unserer Zeit. Auch Kommunikationswissenschaftler. Und warum ist denn so eine Kommunikation so oft irreführend, so problematisch? Und warum belastet es sogar unsere Beziehungen? Aus neurowissenschaftlicher Sicht kann ich dir das total einfach erklären. Alle Reize, die unser Gehirn erreichen, sind im ersten Schritt mal neutral. Eine Schallweile erreicht dein Ohr. Und dann wird die Schallwelle über das Innenohr, über die Hörschnecke als 0,1-Kodierung an den Hörnerv weitergeleitet. Was jetzt über den Hörnerv kommt, ist tatsächlich ein extrem reduziertes Signal. Die Frage ist, was hören wir denn? Und tatsächlich hören wir einfach nur unsere Erinnerung. Denn sobald dieses elektrische Signal des Nerven, also der Nervenleitbahn, mit unseren Neurotransmittern kombiniert wird, erst da entsteht die Wahrnehmung, die wir dann als Hören bezeichnen würden. Wir hören also immer das, was auch in unserer Erinnerung präsent ist. Unser Gehirn ist wirklich phänomenal. Wir setzen diese Außeninformation sofort und unmittelbar mit unserer bisher gemachten Erfahrung, also mit der Autobiografie, mit der Erinnerung, im Kontext. Und erst dann sind wir in der Lage, wahrzunehmen. Und das sorgt dafür, dass genau zum Beispiel Kurt Tucholsky den Prozess der Kommunikation auf den Punkt gebracht hat, als er sagte, wie sprechen denn Menschen miteinander? Nun, sie sprechen aneinander vorbei. Wir nennen das in der Kommunikationspsychologie eben autobiografisches Zuhören. Du kennst es sicher, wenn du mit einem Menschen sprichst, der sich in einer völlig anderen Welt als du bewegt, dann findest du nur schwer so einen gemeinsamen Ansatz. Also deine Autobiografie, dein bisheriges Leben unterscheidet sich einfach so stark von deinem Gegenüber, dass es wenig Gemeinsamkeiten für eine erfolgreiche Kommunikation gibt. Václavík hat auch einen wirklich schönen Satz dazu geprägt. Er hat in einem Vortrag gesagt, der größte Irrtum der Kommunikation ist zu glauben, sie hätte funktioniert. Und wenn du das auf dem Schirm hast, dann ist Kommunikation automatisch schon viel erfolgreicher. Einfach deswegen, weil du nicht mehr davon ausgehst, dass sowieso alles klar ist. Und um deine Erfolgschancen jetzt noch viel stärker zu machen, kommt hier eine wirkliche Basis, eine Grundlage für jede funktionierende Kommunikation. Das sind zwei wirklich einfache Schritte. Also einfach im Sinne von verstehen, man muss sie natürlich umsetzen. Das wäre förderlich. Der erste Schritt ist, du verstehst dein Gegenüber. Und der zweite Schritt ist, im Anschluss sorgst du dafür, dass dein Gegenüber dich versteht. Ja, so einfach das jetzt auch klingt, so effektiv ist es auch. Zerlegen wir mal diese beiden Schritte. Wenn du dein Gegenüber wirklich verstehen möchtest, dann ist die Aufgabe, die Autobiografie des anderen nachzuvollziehen. Also das, was er aus seiner Anschauung, aus seinen Erfahrungen, aus seiner Weltsicht dir erzählt, in diese Bilder müsstest du eindringen, um ihn wirklich zu verstehen. Es gibt ein schönes indianisches Sprichwort, bewerte niemanden, bevor du nicht tausend Schritte in seinen Mokassins gemacht hast. Also dein Gegenüber zu verstehen heißt, dich wirklich darauf einzulassen, hinzuhören, hinzuzuhören, diese Wahrnehmung aufzubauen und ein wirklich echtes Interesse zu haben. Wir kommen da gleich nochmal dazu. Und in dem Moment, wo du dein Gegenüber verstehst, weil du echtes Interesse hast, weil du nicht einfach nur mal schnell nebenbei zuhörst, während du in der anderen Hand mit deinem Handy spielst, dann beginnst du dein Gegenüber zu verstehen. Und sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, dann erst sorgst du dafür, dass dein Gegenüber dich versteht. Dann schilderst du deine Weltanschauung, du schilderst deine Autobiografie. Und das Gegenteil davon ist dieses vorhin erwähnte reine autobiografische Zuhören. Denn wenn du dein Gegenüber nicht verstehst, dann erzählt er oder sie irgendetwas und du antwortest aus deinen Erinnerungen heraus, aus deiner Autobiografie. Und was dann passiert, ist sogenanntes autobiografisches Zuhören. Und faszinierend bei diesem autobiografischen Zuhören ist, dass folgende Dinge passieren. Wir bewerten, also wenn er uns etwas erzählt, unser Gegenüber, dann tun wir entweder zustimmen oder ablehnen. Wir fangen auch an zu sondieren, also wir stellen Fragen aus unserem Bezugsrahmen. Wir fangen häufig auch an zu beraten, also wir geben so den Rat auf der Basis unserer Lebenserfahrungen. Was wir dann auch tun, wir interpretieren. Also wir versuchen, aus Menschen und deren Motiven schlau zu werden und erklären uns dann ihr Verhalten aus unserem eigenen Verhalten. Und du erinnerst dich an die Geschichte mit dem Hammer. Das kann tatsächlich in den meisten Fällen einfach nur schieflaufen. Wenn du jetzt aber dagegen dein Gegenüber wirklich verstehst, wenn du auf ihn zugehst, auf sie zugehst, dann wirst du sehr, sehr viel wertfreier in der Kommunikation. Und damit wird die Kommunikation automatisch wertschätzender, achtsamer. Ist klar, weil dein Gegenüber fühlt sich wahrgenommen. Er merkt plötzlich oder sie merkt plötzlich, dass die Bilder ihre Autobiografie, also die Autobiografie dieser Person, die kommt bei dir an. Und das Beste, auf dieser Basis, dieser Wertschätzung des gegenseitigen Verstehens, kannst du dann dafür sorgen, dass dein Gegenüber auch dich eben besser verstehen wird. Ja, also zum Schluss vielleicht noch ein super spannender Impuls für dich. Du weißt ja, dass Simone und ich seit fast 20 Jahren an dem Thema Voice arbeiten und forschen. Über deine Stimme erhältst du einen unglaublich tiefen Einblick in deinen Charakter und natürlich dabei einen Einblick in deine Art der Kommunikation. Wenn du dich auf dieser Ebene selbst noch tiefer erkennen und damit deine Kommunikationsfähigkeiten stärken möchtest, dann haben wir ein Coaching im Rahmen von Voice, ein Voice Coaching mit dem Titel Kommunikation. Das ist ein gigantischer Schritt, weil du erkennst, wie du funktionierst. Dann wirst du deine Autobiografie viel besser wahrnehmen, dein Gegenüber damit viel besser wahrnehmen und auch viel besser dafür sorgen können, dass du wahrgenommen wirst. Ja, und in diesem Sinne möchte ich dir jetzt eine einfühlsame, eine achtsame Kommunikation wünschen, denn die steht für Glück und für Erfolg. Dein Joshua. Dein Joshua. Dein Joshua. Dein Joshua. Dein Joshua. Dein Joshua. Dein Joshua.